Hallöchen und Willkommen zurück zu Alice Madness Returns. Ja, ihr seht, dass wir gerade irgendwo ganz anders sind. Das liegt daran, Entschuldigung, dass ich aufgenommen habe, aber irgendwie mein OBS abgestürzt ist und ja, 10 Minuten verloren gegangen sind. Am Ende habe ich gesehen, dass ich keinen Speicher mehr habe, weil ich so viel aufgenommen habe heute an einem Tag und ja, das ist mir aber leider erst so spät aufgefallen. Das mit dem Baby habe ich so geklärt, also mit der Puppe eher. Ich habe das noch ungefähr sechsmal versucht, bis ich dann meinen PC komplett ausgeschaltet habe. Warum löst du das so auf, Lucky? Was ist los mit dir? Bis ich meinen PC komplett ausgeschaltet habe und dann nochmal neu gestartet habe und dann ging es, dann war das Puppengesicht relativ schnell kaputt, also sobald man drauf schießt, dann sieht man ja das Herz und sobald man das Herz zerschießt, dann ist es tot. Das war innerhalb von zwei Minuten dann erledigt. Ja, und dann ist nicht mehr viel passiert. Dann ging diese eine Tür da auf und jetzt sind wir hier. Wir müssen halt hier die ganze Zeit rumfliegen und in die verschiedenen Stockwerke. Also hier sind wir gerade bei vier. Jetzt müssen wir auf fünf. Also mehr ist jetzt nicht passiert. So viel hat man jetzt nicht unbedingt... Ja, so viel hat man jetzt nicht verpasst, würde ich mir mal behaupten. Das ist trotzdem doof, ich weiß, aber was soll man machen? Ja. Ist blöd, wenn dann auf einmal der Speicher leer ist. Also beziehungsweise voll ist, nicht leer. Es wäre schön, wenn er leer wäre. So rum. Ah, ja, und hier müssen wir hier die ganze Zeit hin und her springen und ich bin hier auch schon zweimal gestorben, ganz am Anfang. Ja, so viel zu dem Thema. Da vorne ist jetzt noch Stockwerk vier. Aber anscheinend kommen wir da jetzt dann... Keine Ahnung. Mal gucken. So. Ich habe jetzt die ganze Zeit hin und her und hin und her und dann hatte ich auf einmal mehr Speicherplatz und dann plötzlich hat mein Spiel die ganze Zeit gesponnen, dann ist mein PC die ganze Zeit hängen geblieben. Also heute habe ich es, ne? Das ist richtig doof. Oh, hier ist schon acht. Oh mein Gott, wie soll mir das denn schaffen? Shit. Wir müssen uns mehr gleiten lassen. Ach, nö. Oh, jetzt muss... Es ist schon auch relativ spät jetzt. Okay, wir haben kurz vor zehn. Nee, das geht ja doch. Das ist ja voll okay. So, jetzt da lang. Dann hier. Oh, das... Ah, doch, doch, doch. So. Ah, Mist. Okay. Okay. Moment. Was mache ich da? Ich muss hier lang. Okay, nochmal. Wir schaffen es wieder nicht. Immer den falschen Moment. Jetzt schon. Ja. Oh, Speichermoment. Gott sei Dank. Da ist ja wieder so... So ein bisschen gespürt. Okay, diesmal. Hoffentlich können wir die diesmal umbringen, weil das war richtig nervig. Ich weiß nicht, ob es an mir liegt. Habe ich letztens auch schon gesagt. Ich weiß nicht, warum das so viele Bugs hat. Ich verstehe das nur. Oh, wow, 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 wow Ich glaube, jetzt funktioniert das auch. Hoppala. Jawohl. Genau so war das nämlich vorhin auch. Das ging eigentlich relativ fix. Und wir hatten halt... nicht viel Glück. Naja, egal. Das passiert halt mal. Okay. Was? Kann ich von hier aus da hoch schießen? Nee, schade. Warte, dann schießt... Mach ich das erstmal. Das bleibt auch? Nee, das bleibt nicht. Okay, warte, warte, warte. Scheiße. Okay. Das hat man auch geschafft. Und jetzt müssen wir... Scheiße, wir hätten da rüber... Kann ich das da runterschmeißen? Schade. Schade. Also wir müssen... Wir müssen da rein. Okay. Also jetzt Zeit... Zeit, Zeit, Zeit. Zeit. Zack. Okay. So. Hä? Ich dachte, es ist... Ich dachte, es muss so. Jetzt bin ich irgendwo... Wo bin ich jetzt überhaupt? Ja, cool. Dass ich immer irgendwo lande, wo ich nicht weiß, wo ich vorher gestorben bin. Das irritiert mich immer ein bisschen. Naja. Mh, lecker Burger. So, jetzt nochmal einen Hebel. So. Dann gehen wir mal hier durch. Hier ist... Nichts. Vielleicht hier hinter. Nö. Okay. Okay. Wie komme ich da hoch? Hä? Achso. Ich weiß schon wie. Und jetzt da drauf dann. Zack. Und jetzt... Okay. Was bringt mir das dann? Oh, Moment. Oh, wir da. So. Achso. Okay. Ähm. Aber warte mal. Ach, scheiße. Wir hätten da hoch... Wie komme ich da jetzt nochmal hin? Hier. Ähm. Nee, warte mal. Wie komme ich da jetzt wirklich nochmal hin? Ich kann da noch nicht hoch, oder? Doch. Oh Gott. Brauche ich ja richtig krass Anlauf. Okay. Let's go. Okay. Hat irgendwie doch funktioniert. War gar nicht mehr so schlecht. So. Und dann hier. Und dann zack. Und... Jetzt... 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 Ist da ein Zahn. Und dann... Müssen wir dann machen. Aber wie kommen wir da hin? Da hoch vielleicht? Oh. Tatsächlich. Mist. Oh. Ich dachte... Ich hab gedacht, ich komm so hoch. Oh. Wie... Was? Und jetzt? Wo steh ich hier dumm? Und weiß nicht wohin. Ich glaub, ich muss... Mist. Ich steck grad ein bisschen fest. Muss ich ganz ehrlich zu... zugeben. Hier war nichts mehr. Nee. Ich steck grad ein bisschen fest. Ja, aber was bringt das, wenn ich das dann hochziehe? Hier ist sonst nichts. Oder kann ich da vielleicht was machen? Nee, auch nicht. Hä? Wie soll ich da jetzt... Okay, ich popp' jetzt noch mal. Und nu? Achso! Da war doch... Irgendwas... Scheiße, warte. Nochmal. Ey, ich muss da richtig schnell dann hoch. Glaub ich. Moment. So, jetzt nochmal. Zack. Dann hier runter. Zack. Jetzt. Boah, ey. Oh Gott. Immerhin speichert das schon mal. Ich glaube, das ist schon mal ganz gut, oder? Zack. Oh no. Erstmal Liste entfernen. Nein. 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 Opsala, Opsala, Opsala. Shit, shit, ich bin gefangen. Oh Gott. Ja, übertreib doch nicht so, du Mist. So, jetzt ist der schon mal weg. Jetzt habe ich nur noch die anderen gestört, oder? Okay, 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 okay. Scheiße, scheiße. Okay, warte. Nein, was macht... Wo ziele ich hin? Oh. Oh. Oh, scheiße. Ich laufe auch noch ein. Ich depp. Ich muss erst mal... Ja. Theoretisch müsste er jetzt gleich... Tschau. So, der ist schon mal hier. Nur noch der Koloss hier. Komm, zeig dich. Oh, nein. Zack. Okay. Da waren aber noch irgendwo Törtchen. Hä? Okay. Doch nicht. Ähm... Komm ich da rüber? Ja, ich komme da rüber. Dann hier lang und da und zack. Was? Nach oben? Okay. Okay. Ja, Moment. Wie komme ich da hin? Das ist die Frage. Wie komme ich da hin? Nein. Wie? Was ist das? Wie? Ah. Okay. Der gibt immer so tolle... Oh Gott. Oh Gott. Oh. Wo bin ich überhaupt hin? Darüber, ne? Okay, 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 okay. Scheiße. Oh Gott, ich hab's geschafft. Oh mein Gott, ich hab's geschafft. Und es geht auch noch nach Zeit. Wow. Wow. Aber... Frage. Wie geht sie jetzt weiter? Ah. Aber... Wo ist das Schweinchen? Schweine. Böschte. Versteckt sich das schon wieder? Ich seh's grad nicht. Ich hol mir erst mal die beiden Zähnchen hier. Ist das hier irgendwo? Ne, auch nicht, ne? Oh, da unten kann ich hin. Sonst kann ich nirgends hin, oder? Ne. Oh, war das schlau? Oh, okay. Es geht. Oh, hier ist es ja. Cool. Zack. Jetzt hier drauf und dann... Wo muss ich denn dann hin? Kein Plan. Ich glaub, da rüber. Und dann... Und dann... Hier drauf? Oh, oh, nein! Okay. Oh. Okay, nochmal. Also hier. Dann hier rüber. Und dann hier lang. Wenn der weg ist. Ja. Ach. Was an Spitzrutenlauf. Was? Was? Okay. Okay. Boah, ich hab so Angst von diesen Viechern da. Ach, nö. Ach, nö. Oha, der hat mich durch die Wand erwischt. Sack. Ist er tot? Ja, ich hoff's. Kann ich da irgendwo drauf? Oh, nee. Ach, geschafft. Juhu. War ich hier nicht schon? Nee, anscheinend nicht. Okay. Da geht's nirgendswo hin. Oh. Ich bin noch nicht mal gesprungen und schon ist... Oh, nö. Ich muss die jetzt finden. Okay. Wo ist das Erste? Schau mal. Mal. Bestimmt hier drin. Hä? Ah. Haps. Zupi. So, das Erste haben wir schon mal. Dann geht's weiter. Hier runter. Wie viel brauchen wir? Vier, oder? Ja. Es geht's. die sind mir alle zu ich habe gerade irgendwo hingeschossen ich weiß nicht wohin habe ich ihn noch ein stockwerk also rein okay aha das ging ja einfach so theoretisch noch eins okay dann gehen wir wieder hoch anscheinend ist das andere woanders aber wo vor allem ich komme ja auch nirgends hin okay moment das muss doch irgendwo da unten sein war da noch ein raum eigentlich nicht hier war ich schon habe ich hier was übersehen nee 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 ich glaube nicht warte mal was ist denn ich muss doch irgendwas übersehen dann muss es in dem anderen raum sein in diesem zwischenraum hier hier auch nicht hier auch nicht ich habe keine ahnung ohne witz ich weiß nicht wo das letzte sein soll da ist auch nichts an der wand gell kein kein hinweis eigentlich kriege ich immer hinweise aber jetzt hier unten ist anscheinend echt nichts man kann auch nirgends den boden einschlagen oder was ist das soll nur so sein oder wie gibt es hier auch nicht ich verstehe es nicht aha das ding ist wie komme ich da rauf ich glaube hier dann hier lang dann da so jetzt okay ah man nein oh wie unfair okay jetzt müssen wir es mal schneller machen immer diese zeitstress hier so fett ist da super super und in der nächsten folge schauen wir wie wir das gesicht zusammensetzen können danke danke ich kann schon kein deutsch mehr danke fürs zuschauen bis zum nächsten mal und wir sehen uns und ganz schön